Herzlich willkommen zu unserem Video über Unterrichtsentwicklung durch schulinterne Arbeitspläne. Hier kannst du lernen, wie du eure Arbeitspläne zur Schulentwicklung nutzen kannst. Wir skizzieren zunächst die statische Sicht auf schulinterne Arbeitspläne. Hier erstellst du Arbeitspläne, die danach fertig sind und abgeheftet werden. Demgegenüber wollen wir für eine dynamische Sicht werben, in der Arbeitspläne vorläufig und damit offen für Veränderungen sind. Anhand einiger Beispiele skizzieren wir, warum du durch eine dynamische Sicht Räume für Schulentwicklung erschließen kannst. Wir beginnen mit einer pointierten statischen Sicht auf Arbeitspläne. Beide Seiten ergänzen sich in der praktischen Arbeit häufig. Die Erstellung eines schulinternen Arbeitsplanes beginnt für dich wahrscheinlich wie für die meisten beim Curriculum. Du setzt Schwerpunkte bei den Fachkompetenzen, Themen und Inhalten. Zusätzlich setzt du noch Schwerpunkte bei den überfachlichen Kompetenzen mit Blick auf Berufsorientierung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Persönlichkeits- oder Medienbildung und die weiteren Aufgaben, die in den Unterricht integriert werden sollen. Am Ende hast du einen gut strukturierten Plan für die Durchführung deines Unterrichtes. Dieser ist wichtig, damit du über die Schuljahresgrenzen hinweg kumulatives Lernen ermöglichst und die Lernprozesse anschlussfähig für alle Beteiligten bleiben. Die dynamische Sicht auf schulinterne Arbeitspläne betont stärker die wechselseitigen Abhängigkeiten. Vor allem musst du die Schwerpunkte der einzelnen Fachschaften sinnvoll mit den Schwerpunkten bei den überfachlichen Kompetenzen koordinieren, damit deine SchülerInnen sie sinnvoll und ausgewogen über alle Fächer und Schuljahre verteilt erwerben können. Zugleich wirkt die Unterrichtspraxis auf die Schwerpunktsetzungen zurück, da du aus der Reflexion und Evaluation von Unterricht neue Schwerpunkte setzt. Das gilt für die fachlichen Kompetenzen ebenso wie für die überfachlichen Kompetenzen. Wenn SchülerInnen beispielsweise neue mediale Kompetenzen ausbilden, können andere Kompetenzen früher erlernt werden. Durch diese fachinternen Diskurse wird bereits aus der Durchführung von Unterricht Entwicklung von Unterricht. Diese Entwicklung durch Arbeitspläne muss allerdings für ein Gesamtbild vervollständigt werden, durch die zentralen Ziele und Leitideen deiner Schule. Eure Ziele und Leitideen sollten die Schwerpunktsetzung der Fachkompetenzen prägen. Diese müssen auf die obersten Prioritäten abgestimmt sein. Ebenso solltest du die Schwerpunktsetzung bei den überfachlichen Kompetenzen aus euren Zielen ableiten. Vor allem solltest du den Prozess des Aushandelns zwischen fachlichen und überfachlichen Schwerpunktsätzen immer wieder auf die Ziele und Leitideen zurückführen. Letztlich solltest du diesen ganzen Prozess aus Schwerpunktsetzung, Unterrichtsentwicklung, Zielen und Leitideen evaluieren, sodass du eure Ziele und Leitideen immer wieder mit eurer pädagogischen Praxis in Einklang bringen kannst. Wir möchten daher dafür werben, schulische Arbeitspläne eher dynamisch zu betrachten als statisch. Das kannst du befördern, indem du schulinterne Arbeitspläne konsequent digital führst. Wenn du sie ausdrucks- und abheftest, wirken sie fertig. Digital hingegen hältst du sie offen für Ergänzungen und legst sie auf Überarbeitung aus. Wenn du schulinterne Arbeitspläne dynamisch betrachtest, entsteht auch Raum für Unterrichtsentwicklung. Beispielsweise übernimmst du im Unterricht vielleicht regelmäßig andere Rollen in Phasen des eigenständigen Lernens oder in Projekten. Diese Veränderung der LehrerInnenrolle und ebenso der SchülerInnenrolle verhindert einen Plan, der neben den Inhalten vielleicht auch Materialien und Methoden sehr kleinschrittig festlegt. Wenn hingegen der Arbeitsplan offen angelegt ist, kannst du phasenweise Lernbegleiterin oder Coach sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt von Unterrichtsentwicklung ist die Rolle von Feedback. Ob du Peer-Feedback von SchülerInnen zu SchülerInnen oder Feedback von Lehrenden zu Lernenden entwickelst, all das hilft der Entwicklung deiner SchülerInnen weiter. Auch dafür benötigst du Offenheit. Ein anderer wichtiger Baustein ist die Veränderung der Prüfungskultur. Die Kultusministerkonferenz hat angekündigt, dass Prüfungsformate zunehmend im Hinblick auf Kollaboration, aber auch auf Open Book und Open Media Formate weiterentwickelt werden. Für diese Entwicklung benötigst du Raum innerhalb der schulinternen Arbeitspläne, um solche Formate mit SchülerInnen und KollegInnen auszuprobieren. Auch für die Kooperation in deinem Kollegium können schulinterne Arbeitspläne eine wichtige Funktion einnehmen. Ein wichtiges Beispiel dafür ist die Unterrichtsplanung im Team, das sogenannte Co-Planning. So kannst du mit KollegInnen gemeinsam euren Unterricht planen und dafür digitale Hilfsmittel nutzen. Darüber hinaus schaffst du in der dynamischen Sicht auch Freiraum für viel mehr Möglichkeiten, die du mit deinem Kollegium gemeinsam entdecken und entwickeln kannst. Letztlich kannst du in dynamisch betrachteten schulinternen Arbeitsplänen die gemeinsame didaktische, methodische und pädagogische Arbeit in der Schnittmenge zwischen den fachlichen und überfachlichen Schwerpunkten verorten. Damit machst du die Arbeitspläne zu einem nachhaltigen Instrument der Verständigung aller Lehrkräfte über die Entwicklung von Unterricht.